so leute da sind wir beim nächsten blackie talk ich habe diesen blackie talk schon mal gemacht aber es gibt immer noch so viele kommentare darunter die sagen hey blackie kannst du mal einen geupdateten blackie talk machen und deswegen heute der blackie talk kann man 2024 noch mit magic anfangen und wenn ja wie kurzer hinweis ihr werdet unten in der video beschreiben und zwar auch hier oben da oben auch die ganze zeit andere videos und blackie talks noch sehen und ihr werdet auch den alten blackie talk sehen der dürfte jetzt schon da oben stehen das bedeutet ich werde mich relativ häufig auf diesen blackie talk beziehen und wenn ihr die noch nicht geschaut habt dann könnt ihr den mal schauen der ist von ende 2021 also zweieinhalb jahre her und die antwort damals war ziemlich ernüchternd die antwort damals war ziemlich einfach nein man kann mit magic the gathering nicht mehr wirklich anfangen und das hatte verschiedene gründe und auf die gehe ich jetzt noch mal ein denn spoiler für die leute die nicht so lange talk videos gucken wollen oder nicht so glücklich sind oder einfach nur mal von einem anderen kann spiel kommen hey ich bin der blackie ich mache nicht nur magic aber ich mache hauptsächlich magic aber ich mache auch anderen kram und ja wenn ihr magic anfangen wollt bleibt doch da ich habe ganz coole videos und wenn ihr wissen wollt ob magic anfangen kann nein magic ist nichts mehr für anfänger schon ganz 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 lange nicht wenn ihr googelt magic anfangen oder start mtg oder magic the gathering start oder ähnliches bekommt ihr ganz ganz viele interessante videos unter anderem meids könnt auch auf artikel gehen zum beispiel beim abenteuer brettspiele.de wo auch magic the gathering aufgeführt wurde wo ich 2022 auch schon mal einen bericht dazu abgegeben habe ich habe es war mitte gegen ende 2022 deswegen alle jahre wieder kommt diese art und weise des videos wieder magic the gathering ist ein super komplexes spiel am ersten april hat sich der prof von tolerian community college darüber ein bisschen lustig gemacht das video werdet ihr auch kennen oder sehen wenn ich wird es wahrscheinlich unten in der video beschreibung sein da oben kann ich es nicht verlinken aber unten in der video beschreibung werdet ihr es sehen das ist ein video das immens stark war weil er halt einfach keinen april scherz gemacht hat sondern hat mal aufgezählt was magic eigentlich aktuell bedeutet beginnend ist es halt zum beispiel mit was für ein format spiele ich spiele ich commander standard modern pioneer legacy vintage pauper draft pre-release schrägstrich sealed cube was ja eine art von draft ist auch offiziell was gibt es noch alles andere tausende formate das heißt ich bekomme ganz ganz viele e-mails mittlerweile die mich anschreiben sagen hey blackie ich habe jetzt angefangen mit magic kannst du mir was empfehlen genauso bei uns auf dem discord von radio rafnika haben wir ein willkommensthrad und dort lese ich auch ganz ganz viele leute sagen bohr nach acht jahren fange ich wieder an magic zu spielen nach acht jahren pause oder yo ich habe jetzt angefangen damit ich komme von yugioh oder sonstige sachen das finde ich sehr interessant es schaffen sehr sehr viele leute da rein wenn man diese leute dann aber beobachtet es ist meistens so dass die meisten leute nicht lange bleiben weil magic als einem unendlich schwierig macht überhaupt damit klar zu kommen jede community ist anders das wichtige daran ob man mit magic anfangen kann oder nicht ist die community ja es gibt magic arena aber magic arena ist halt kein langwieriges format magic arena saugt geld ohne ende aus dem portemonnaie gibt keinen back also gibt gar nichts zurück hat seit anbeginn seit arena da ist eine ganz ganz schlechte ökonomie und feiert sich als so ein geiles programm und das ist es halt nicht magic arena ist abfall tschuldigung ist sagen zu müssen es gibt bestimmt leute die jetzt sagen nein magic arena total wichtig total toll magic arena ist abfall es ist blinkender hübsch gemachter abfall natürlich ist es einfacher wie zum beispiel magic online oder auch hübscher wie magic online aber magic online hat halt einen großen vorteil ja es ist hässlich wie gesagt ich weiß aber der große vorteil den magic online einfach hat ist ein trade system ein trade system macht unendlich viel aus trade oder das ding system wie bei halfstone auch wenn das schon echt gesagt wird dass das das scheiße ist und das ist es auch aber es macht so viel aus und es macht so viel besser magic arena ist gierig will einfach neuer geld haben und gibt euch mittelmäßig bis schlechtes super weird zusammengestelltes zeug jetzt kommt modern horizons 3 ich glaube sogar heute in magic arena was darin nichts zu suchen hat weil modern da nichts zu suchen hat und alle leute die jetzt sagen boah voll geil das kauf ich mir die haben halt keine ahnung magic arena spieler wenn ihr magic arena only spieler seid dann habt ihr keine ahnung wie es in der realen welt vor sich geht weil ihr wisst nicht wie booster funktionieren ihr wisst nicht wie trading funktioniert ihr wisst nicht also es gibt leute die lesen sich das an keine frage ich rede immer wieder in super lativen mit auf keinen fall kennt ihr nicht oder ihr oder sonst was es wird immer eingeben die jetzt reinschreiben ich bin magic arena spieler und ich weiß ganz genau was ich aus dem paper boot hat sie ja schön für dich aber grundsätzlich hat es halt ein komplett anderes environment es gibt ja sogar magic arena magic karten die vollkommen anders sind obwohl sie dasselbe artwork mit selben namen haben wie in paper magic karten mit dem gleichen artwork und dem gleichen namen und einem anderen effekt what the fuck kurzer ausflug dazu weil mich manche leute immer fragen warum ich magic arena so bisschen doof finde und magic online ziemlich gut finde ist tatsächlich genau das als ich mich beworben habe für das magic online content creator system habe ich gesagt geil das ist magic online wenn es dasselbe system für magic arena geben würde würde ich mich dafür wahrscheinlich nicht anmelden wobei dann könnte ich endlich mal magic arena spielen ohne meinen gesamten haushalt da auszugehen ja spaß beiseite wir überlegen uns jetzt ihr seid ein paper magic spieler ihr wollt richtige karten in der damm pappkarten geile pappkarten das klingt falsch dieser überlegung pappkarten zu spielen wirklich gute pappkarten zu spielen spaß zu haben denkt ihr was kaufe ich jetzt und das kann euch keiner sagen ihr müsst hingehen und müsst in euren local game store gehen den ihr erstmal finden müsst ihr könnt natürlich auch bei amazon und müller bestellen dann habt ihr auf einmal dann könnt ihr irgendwelchen youtuber schreiben so hey ich habe drei displays gekauft was mache ich denn jetzt damit wenn ihr glück gehabt antworten wir aber ihr müsst in eure local game stores in eure communities gehen wenn ihr zum beispiel mit vier leuten am anfang magic zu spielen müsst ihr euch einigen welches format spielen wir und das müsst ihr machen bevor ihr überhaupt eine ahnung habt was formate sind also natürlich könnt ihr zu hause einfach booster aufrippen decks zusammenbauen einfach gegeneinander spielen das ist in einem homogenen umfeld auch vollkommen okay das haben wir auch so gemacht keine frage ja aber wenn man dann in ein heterogenes umfeld gehen möchte und das möchte man irgendwann magic tut immer so als wäre es total geil jetzt gerade nur dieses eine set zu haben und das nächste set ist schon schon in aussicht und dann kauft wartet lieber auf das nächste set kauft das nächste set und dann ist das total geil nur dieses set zu haben aus einem display könnt ihr kein deck bauen kein einständiges keins was ihr langfristig spaß haben werdet oder ihr irgendwie auf reisen mitnehmen könnt wenn ihr jetzt in einem homogenen umfeld seid und bei euch zu hause mit eurem sohn mit eurem bruder mit eurer schwester mit eurer tochter mit eurer mutter keine ahnung was magic the gathering spielen wollt oder mit eurem besten kumpel und fangt damit an und sagt hey wir kaufen uns einfach irgendwelche booster bauen was zusammen und dann spielen wir dann wird das kein langzeit projekt dann wird das genau das sein was ich am anfang gesagt habe ihr kommt auf irgendeinen discord ihr schreibt irgendwen an sagt wir haben jetzt wieder angefangen und ein paar wochen später hört man nichts mehr von euch das ist leider so ein heterogenes umfeld mit verschiedensten sachen wie man spielen kann sei es commander was ein multiplayer casual format ist sei es pioneer modern legacy irgendein local game store wo ihr competitive spielen könnt wo ihr wirklich 60 karten eins gegen eins spielen könnt das sind die relevanten sachen ob ihr sowas habt oder nicht und wenn ihr das nicht habt werdet ihr mit payback magic karten nicht glücklich egal was die werbung euch erzählt wenn ihr nichts glück habt ihr habt einen local game store in eurer gegend und ich weiß ich bin da oftmals sehr privilegiert dadurch dass wir sehr lange schon eine local game store in unserer gegend haben aber ich kann mich noch an zeiten erinnern wo wir das eben nicht hatten wo wir keinen local game store hatten wo es nicht so einfach war irgendwie mal hinzugehen und einfach magic zu spielen ich kann mich an die zeit gut erinnern glaubt mir es war eine schwere zeit aber am ende des tages müsst ihr in diese local game stores gehen und dort nachfragen wenn ihr zum beispiel nach siegen zu uns in den fischkrieg kommt und den besitzer des fischkriegs grüße gehen raus ralf anfragen würdet was spielt man hier dann kann der euch sagen wir spielen hier modern und legacy es gibt keine standard community es gibt keine draft community es gibt keine pioneer community das ist für den store nicht so wirklich gesund ist leider so und für neulinge sehr sehr schwierig reinzukommen und trotzdem bringen wir andauernd neue leute nach modern oder nach legacy und das ohne probleme warum weil die community da ist das heißt wenn ihr mit magic anfangen wollt wenn ihr wirklich ernsthaft damit anfangen wollt sucht euch kein homogenes umfeld wo ihr einfach immer wieder gegen dieselben zwei leute spielt draußen auf der terrasse oder sonst was dann wird es früher oder später halt einfach entweder sehr teuer weil ihr sehr sehr viele karten neu kaufen müsst und immer wieder neue sachen kaufen müsst oder ihr entwickelt halt eine art von sehr weirdem system ich nehme jetzt diese ganzen negativen sachen voraus weil gegen ende des talks werde ich auch ein paar positive sachen wie man das anständig macht und wie man auch zum beispiel in einer homogenen gruppe machen kann das kommt gegen ende des talks damit ich erstmal alle leute abschrecke und die leute die dann immer noch sagen ich habe bock auf magic denen kann ich dann helfen wenn ihr so eine gruppe habt wenn ihr in den store geht und sagt hey wir draften nur oder wir machen nur modern oder wir machen nur commander dann sucht euch die community aus fragt ob ihr einfach mal vorbeikommen könnt schaut euch das einfach mal an was die machen was für leute da sind stellt euch hin und sagt hey ich bin neu ich habe keine ahnung kann mir hier jemand mich bei der hand nehmen im normalfall findet man in jedem local game store irgendjemand aus der community der sagt hey setz dich dabei ich leite dir ein deck oder hey setz dich dabei wir draften zusammen und ich zeige dir wie ich das deck baue das wird es immer geben weil magic leute wirklich froh darüber sind wenn sie mit leuten magic spielen können man glaubt sonst nicht aber wir sind glücklich wenn wir mit leuten magic spielen können und das nicht nur magic produkte verkaufen sondern wirklich spielen steht wizards halt nicht mehr aber da habe ich mich oft genug drüber aufgeregt weil wenn man sich als magic spieler als neuer magic spieler hinsetzt und muss das komplette spiel lernen hat man eben das problem was tolieren community college in seinem video halt anspricht man hat tausende kartentypen tausende formate 50 millionen booster verschiedenste karten die du hier spielen darfst aber dort nicht die zwar in standard boostern bekommst aber nicht in standard spielen kannst verschiedene deck building sachen verschiedene environments verschiedene bandit listen auf die du dich auch noch berufen musst du hast einfach die du weißt gar nicht was du spielen sonst manche karten wie gesagt die du jetzt auf magic arena hast gibt es in paper gar nicht oder sie funktionieren in paper komplett anders du musst das gameplay verstehen wie man überhaupt gameplay macht dann ist es im commander noch was völlig anderes weil du halt im multiplayer spielst und auf einmal ein sozialer aspekt viel wichtiger ist wie ein kompetitiver ansatz und dann gehst du zurück und sagst nee commander ist nichts was für mich und du setzt dich an einen normalen one versus one tisch und du hast eine ganz andere interaktion kannst du nicht sagen hey du greifst mich die nächsten zwei stunden nicht an und dann in der dritten stunde gewinnen wir dann gemeinsam das kannst du halt nicht sagen ja ich weiß ich rede von stunden nicht von runden weil eine runde im commander dauert eine stunde sondern man hat einen ganz anderen aspekt das heißt innerhalb dieses spiels gibt es tausende facetten die man gar nicht alle abbilden kann und das verstehe ich dass magic the gathering oder wizard of the coast hier wirklich ein problem hat denn sie können keine neuen spieler produkte rausbringen weil sie gar nicht die ganzen facetten abbilden können es gab eine zeit lang old man talking jumpstart starter produkte wo man einfach aus dem aktuellen set zwei booster zusammen gesmasht hat und spielen konnte das war für anfänger geil für sonst niemanden außer dominaria united oder lord of the rings das sind immer noch zwei der insanesten krassesten abgesehen von dominaria united und lord of the rings weil das waren insane krasse lord of rings 1 insane krasse jumpstarts abgesehen von denen waren diese standard jumpstarts müll und mit den anderen konnte wieder keiner was anfangen weil sie waren nicht modern legal sie waren nicht standard legal sie sind nicht pioneer legal sie sind nichts also zum teil sind sie auf einmal modern legal zum teil sind sie standard legal aber man wusste es nicht statt dass ich hingehe und sage hey ich mache einen jumpstart set für pioneer wie insane wäre das wenn du einen booster hättest wo zum beispiel die core karten für humans so zwei drei stück drin sind und paar coole humans die man vielleicht am anfang spielen kann das sind ja nicht alles rares und mythics in pioneer und auf der anderen seite hast du so reactor sacrifice hast du so eine katze drin in den ofen und dann kannst du halt damit was machen und dann hast du zwei 20 karten packs die mash du zusammen und spielst auf einmal zwei halbe pioneer decks und kannst danach aber hingehen und die benutzen das wäre geil das wäre der mega hammer es gibt starter decks die da mit zwei decks kommen wo man gegeneinander spielen kann zuletzt gab es die bei herr der ringe demnächst gibt es die bei assassin's creed ich liebe assassin's creed und ich glaube und hoffe dass es wirklich cool wird aber die von herr der ringe waren wirklich gut da waren auch karten drin die nur daher bekommen hast damit irgendwelche vollidioten die das spiel schon länger spielen sich die dinge auch kaufen müssen zack waren die überall verkauft händler haben die aufgemacht für die mithril code die halt zwischenzeitlich über 10 euro ging die dinge hast du für 12 euro gekauft ja haben die stores gewinn mitgemacht cool danke wursatz keine ahnung gehabt aber scheiße gebaut so gibt es bei ganz vielen starter produkten immer wieder das problem sie kommen rein und werden dann irgendwie umgewandelt weil man nicht genau weiß wie man starten arbeitet ich kann auch keine komplette lösung sagen weil ich im spiel bin ich bin enfranchise ich kenne aber so viele leute die mit magic anfangen wollten die mit magic schon angefangen haben oder mit magic anfangen würden wenn es anständige starter produkte gäbe und sie hatten die chance jetzt heute bei modern horizons 3 und haben es versaut sie hätten modern challenger decks machen können challenger decks sind geil die sind der shit die liefen die liefen noch und nöcher überall pioneer challenger standard challenger gut die standard dinger waren meistens nur irgendein billiger cash grab shame on your wizards man hätte auch einfach anständige produkte anständige produkte für spieler das wäre geil ähm pioneer challenger decks waren wirklich gut und wirklich cool modern challenger decks wären der wahnsinn gewesen statt diese komischen premium 200 euro commander decks warum geht man denn hin und sagt ja also premium 200 euro commander decks können wir verkaufen aber ein 150 euro modern deck nicht was das denn für eine argumentation ich lese auch immer wieder in den kommentaren wenn ich mich drüber aufrege so warum regst du dich denn darüber auf dass es da commander decks gibt weil commander kein verfiffes anfängerformat ist tschuldigung commander hat nichts mit dem anfängerformat zu tun commander ist viel zu komplex um damit leuten dauerhaft spaß zu machen um damit anzufangen ganz viele leute von uns die jetzt schon länger im spiel sind hängen da und sagen boah commander bestes ding ja ich weiß ich kenne die vorteile von commander ihr spielt im multiplayer das macht mehr spaß weil mehr leute involviert sind ihr habt eine andere achse weil ihr halt auch so soziale dinger mit reinbringen könnt ihr habt immer wieder andere spiele weil ihr könnt mit denselben vier decks 20 commander runden spielen und alle laufen anders ab selbst cdh runden laufen anders ab mit den gleichen decks 20 runden hintereinander habt ihr 20 verschiedene ergebnisse weil ihr verschiedene karten seht ich verstehe warum commander cool sein kann aber es ist kein anfängerformat und commander spieler verstehen das nicht leute die im kopf dahin und alle karten von magic kennen alle 50.000 karten die es mittlerweile gibt im kopf kennen und sagen spiel du mal dahinten dein deine karte heroes intervention ja das ist ja eine standard karte spielt man ja neben commander deck neuling kennt diese karte nicht der kennt von euren 990 vielleicht zwei und das sind forest und planes wenn ihr glück habt und dann hinzugehen und sagen hey 200 euro commander decks zu verkaufen das ist voll geil damit machen wir richtig cool was statt leuten decks zu verkaufen wie zb tron oder auch modern burn oder von mir aus auch is it bravour oder halt irgendwas irgendwas den leuten geben dass das wäre der hammer denn so bekämmt ihr leute ins modern format so würdet ihr neue leute ranziehen und neulinge die in stores reinkommen und sagen hey ich würde gern magic anfangen wie fange ich denn an hey in unserem store wird modern viel gespielt nimm doch dieses modern challenger deck und spiel doch mit so kriegt man neue leute aber ne 200 euro commander decks danke dafür und ich habe nicht mein problem dass es commander decks sind und so weiter und so fort commander decks sind sowieso in jedem set drin das ist totaler schwachsinn dass man so viele commander leute ich rede mit sehr sehr vielen commander spielern 98 prozent aller magic spieler spielen auch commander vermutlich ungefähr diese zahl und alle sagen mir hey blackie es ist zu viel magic bringt am laufenden mann produkte raus ich meine wir haben jetzt gerade modern horizons 3 jetzt kommt das assassin's creed dann kommt bloomboro und beide sets sind auf einmal so okay dann kommt der nächste hype und wurden jetzt die letzten drei vier wochen nur für mh3 gehypt und das wird jetzt komplett ignoriert es wird ja auch niemals zurückgeschaut weil wir nicht die zeit haben zurückzuschauen das heißt leute kommen zu mir und sagen hey blackie bei bei den ganzen produkten ich weiß gar nicht mehr was ich kaufen soll das ist mir einfach alles zu viel das ist so unendlich viel was ich da tun muss oder ich habe gar keine expertise darüber ich weiß gar nicht was ich alles kaufen soll oder was überhaupt gut ist es kommen leute zu mir sagen hey ich habe mir einen commander master set gekauft weil mein store gesagt hat das ist teuer das ist gut dann habe ich mir einen thunder junction standard display draw nicht draw play booster gekauft das das war auch mit dabei ja und und dann habe ich noch weil ich ja der ringe fan bin mir der ringe bundle gekauft und dann hängst du als mensch mit expertise da und sagst herzlichen glückwunsch sie haben geld verbrannt natürlich hat man booster geöffnet oder die frau und hat spaß dabei gehabt keine frage aber es gibt ja kein guide es gibt kein kauf das wenn du modern spieler bist oder kauf das für commander spieler oder geeignet für früher hatten wir so coole so coole sticker da drauf wo so drauf stand so profi experte anfänger und so weiter und so fort das gibt es ja gar nicht mehr ja weil jetzt ja jedes produkt für jeden kaufbar sein soll nur wenn man ein teures produkt hat soll da nicht anfänger draufstehen zum beispiel auf einem commander starter deck für 200 euro da soll nicht anfänger draufstehen sonst kauft das kein aber es wäre genial wenn man sowas wieder machen würde und dann sagen würde hey dieses produkt ist geeignet für pioneer modern legacy commander und dann auch wirklich nur wenn es für commander wirklich geeignet ist ja ich weiß commander kann man alles drin spielen so ein starter deck herr der ringe würde ich sagen ist für modern geeignet weil es modern karten sind und für anfänger fertig man kann damit kein modern deck bauen absolut nicht deswegen könnte man sogar überlegen ob man modern einfach rausleiten sagt das ist ein anfänger deck aber oder so ein bundle wo dann ein one ring drin ist wo man draufschreiben kann das ist nicht nur für anfänger ist auch für fortgeschrittene anfänger fortgeschrittene modern dann sind bei dem bundle von herr der ringe zum beispiel noch bestimmte legendaries drin commander fertig natürlich wird man nicht immer alle treffen natürlich werden auch manchmal so sachen kommen so da steht aber gar nicht legacy drauf legacy ist für magic bzw wizards eh total egal so jetzt haben wir diesen ganzen punkt aspekt gemacht wir haben das problem wir haben zu viele produkte wirklich viel zu viele produkte die leuen leute kommen gar nicht näher die haben das display und das set noch gar nicht durchgespielt auch nicht auf arena die haben das noch nicht mal komplett verstanden was da passiert da kommt schon der nächste rotz hauptsache geld aus der tasche zieht so zu viele produkte sagen wir immer wieder habe ich ein komplettes blackie talk dazu gemacht auch den werdet ihr da oben irgendwo mal durchlaufen sehen dann habt ihr schlechte starter produkte wirklich super schlechte starter produkte ich hoffe dass es ein screed ding wird geil aber das herr der ringe ding war halt einfach so schnell von den stores selber gerippt oder so teuer dass man es nicht machen konnte ähm ich glaube mittlerweile ist der preis wieder unten und so weiter aber jetzt juckt herr der ringe ja kein niemand redet mir über herr der ringe niemand redet mir über carloff manor oder thunder junction das kommt jetzt dabei für die leute die es nicht wissen das sind die sets die vor zwei oder einem monat rausgekommen sind drei monaten ich weiß es nicht mehr nicht lange her wirklich nicht lange her keine starter produkte und die starten was sie als starter produkte verkaufen sind commander decks und commander ist kein starter format alles müll wie wollt ihr dann anfangen magic zu spielen magic arena komischer haufen der euch auch nichts erklärt und euch karten souveriert wie die ihr niemals in reales leben transferieren könnt wo man ja mitspielen möchte magic the gathering the gathering ist ein spiel ein kartenspiel ein bretspiel mit dem man mit freunden was machen kann arena ist ein beiwerk wenn man gerade keine freunde zur verfügung hat wenn ihr kein local game store und keine freunde gegend habt ist arena vielleicht das main ding keine frage geht lieber magic online spielen und und ja okay sehe ich alles aber es souveriert euch halt was völlig anderes wie zum beispiel paper card sagen wir das und dann haben wir noch für mich der schlimmste faux pas an diesem ganzen ding wizard of the coast stellt sich anders dar sie hängen da und sagen wir sind die geilsten wir sind die coolsten wir können 1000 euro proxy booster verkaufen wir wir machen ein hype train nach dem nächsten und sie lassen leute so stark liegen wizard of the coast tut so als würden sie ganz viele starter events für für neulinge machen und coolen stuff machen aber das tun sie nicht weil sie als firma von oben heraus einfach agieren irgendwelche werbung schalten irgendwelche influencer bezahlen die dann irgendwelche sachen vorstellen an denen sie spaß haben keine frage don't get me wrong aber das ist halt verschwendete liebesmühe wenn man nicht in local game stores geht denen was wieder mal gibt local game stores war über jahrzehnte der rückgrat von magic wenn ein neuer spieler zu mir kommt sagt hey ich weiß nicht wie ich damit anfangen soll dann sage ich geh in dein local game store frage nach der lokalen community und was die spielen so kommst du da dran magic the gathering wird jeder mal gehört haben überall ist der namen mit drin die ganzen secret layers der ganze kram über alles werbung machen wir genug aber die local game stores unterstützen eben leider nicht leider überhaupt nicht leider nein leider gar nicht und dann kommt so eine sache dazu wo ich sage wir als judges ich bin ja auch magic the gathering judge werden auch so weird wahrgenommen von wizards als irgendwelche regel gurus die nur da sind wenn es um regeln geht ich habe so viele neue leute in das spiel reingeholt so viele leute die mich anschreiben auch leute die schon wirklich jahrelang dabei sind leute die neuling sind leute die mich anschauen und sagen hey ich habe neu mit dem spiel angefangen ich weiß nicht wie die karten funktionieren kannst du mir das erklären ja kann ich mache ich auch leute die zu mir ankommt sagen ich weiß nicht wie ich anfangen soll also wir sind community sprachrohre leute kommen auf uns zu als judges im store nicht nur als mich als influencer oder social media mensch oder sonst was sondern auch im store auf andere judge kollegen kommen leute zu und sagen hey ich weiß nicht wie ich damit anfangen soll erklär mir oder ich habe eine frage erklär mal und wenn man dieses vertrauen in diese leute gefasst hat die real sind dann hat man eine chance damit weiterzumachen sich weiterzuentwickeln besser zu werden und im spiel zu bleiben weil das passiert wie gesagt ganz 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 selten sehr viel rage mal wieder das thema ist mal wieder schwierig weil wie gesagt die sichtweise von von wizard of the coast oder auch magic ist eine ganz wilde die ganz viel in richtung irgendwelche irgendwelche ganz weird entscheidungen geht weil ich weiß nicht ob da leute dahinter sind die das spiel nicht mehr kennen oder sonst was oder die nicht mehr wissen wie es als anfänger ist oder die das irgendwie ganz weird vermarkten wollen keine ahnung magic spieler das spiel magic ist so ein schönes spiel und ich wünschte dass jeder damit anfängt dass ihr eure lokalen communities findet dass ihr spaß daran findet mit leuten das zu spielen freundschaften für mich freundschaften ich habe so viele meiner freunde mein bester freund habe ich durch schule kennengelernt und durch magic gehalten viele meiner freunde viele von 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 euch die jedes schaut mit denen ich interagiere interagiere ich nur wegen magic ja das ist der interne auch schon homogene kreis der magic spieler keine frage aber die heterogenität von communities die man besuchen kann die man finden kann wo man nach innsbruck fährt und leute trifft wo man nach berlin fährt und auf einmal freunde in berlin findet wo man einfach immer mal wieder mit denen spielt und zockt und hin fährt obwohl man sonst nicht viel mit denen zu tun hat leute mit denen man übers internet erstmal nur über magic schreibt und dann auf einmal nach hamburg fährt und mit den leuten irgendwie zu quatschen zu zocken was zu machen oder sonst wo ich könnte jetzt jede region aufzählen in deutschland das ist geil das gefühl von magic das zusammenhalten das spielen das wirkliche community ding das gathering das ist so schön und das macht so viel spaß deswegen kann ich nur jedem ans herz legen versucht mit magic anzufangen ich weiß das spiel ist komplex das spiel ist schwer ihr habt unendlich viele sachen die ihr lernen müsst und teilweise keine zeit weil niemand euch die zeit gibt oder euch bei der hand nimmt und wizards nur noch mehr produkte raus pumpt und mit irgendwelchen komischen werbeaktionen so tut als wir alles in ordnung und das einfach klein halten wenn ihr anfangen wollt tut es sucht euch zwei drei leute informiert euch bei local game store was spielen die da und dann wird der sagen standard draft modern pioneer irgendwas dann googelt das schaut euch decks an schaut euch sachen an schaut nach was was wird da gespielt wie wird das gespielt wenn die leute sagen commander dann schaut euch starter commander decks an nicht für 200 euro aber schaut euch starter commander decks an für 20 für 40 euro packt die zusammen spielt mit euren freunden zu hause in eurer gruppe wenn ihr bestimmte regeln nicht kennt scheiß drauf spielt einfach wie ihr denkt dass es funktioniert und das sag ich als judge denn zu allererst und das allerwichtigste bei magic regel nummer eins bei magic ist eine ganz wichtige habt spaß und wenn ihr spaß an magic habt wenn ihr spaß an den karten habt an den editionen an der community an den freunden die ihr finden könnt an einem format egal welches format es ist und wenn es commander ist wenn es pioneer ist wenn es legacies ist total egal wenn ihr spaß am spiel an dem format an der community habt das ist das wichtige dann bleibt ihr ihr bleibt nicht wegen irgendwelchen influencern geilen werbeaktionen tausende neue karten im jahr und 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 deswegen bleibt ihr nicht das sind abschreckende sachen ihr bleibt für die lokalen leute und deswegen sind für mich local judges auch so wichtig also level 1 judges die in local game stores rumhängen nicht die komischen level 3er die irgendwo auf irgendwelchen grand prix rum ballern die lokalen die ihr ansprechen könnt ihr habt so viele leute die ihr ansprechen könnt vor ort manchmal muss man eine halbe stunde dreiviertel stunde fahren muss ich auch aber dann findet ihr was und wenn ihr euch dort aufgehoben fühlt wenn ihr dort spaß mit freunden mit leuten mit neuen freunden die ihr finden könnt habt dann werdet ihr bei magic the gathering bleiben dann werdet ihr glücklich sein dann werdet ihr magic spieler oder magic spielerin aber nur dann immer wenn ich die frage bekomme kann man mit magic in 2024 noch anfangen nur diese frage ist die antwort ganz einfach nein kann man zusammen mit freunden mit einem store mit community mit the gathering anfangen ja bitte ja wenn ihr etwas nicht versteht wenn ihr etwas nicht wisst fragt einfach nach wenn ihr nicht wisst was ihr kaufen sollt hört nicht auf die ganzen vollidioten die da hängen und sagen kauf einzelkarten das ist quatsch wenn ihr keine ahnung von magic habt könnt ihr keine einzelkarten kaufen wie das magic spieler innerhalb von magic die magic spielen die enfranchised sind nennt sich das die haben keine ahnung mehr wie man anfängt die haben keine ahnung dass man nicht einfach karten kaufen kann spy singles das ist eine der dümmsten ratschläge der welt für jemand der noch nichts hat genauso dumm ist aber hinzustellen wie wizard of the coast es manchmal macht oder halt generell jede firma die eine plattform hat mit marketing weil das ziel einer firma ist geld verdienen das ist uns allen hoffentlich bewusst und das ist auch okay das ist jetzt kein worf kein kein badging an wizard of the coast oder sonst was keine sorge aber es gibt keinen guide wie ich anfange sie sagen dann hier ist ein neues set kauft displays ich kann auf dem display nicht sehen ob es für neulinge experten oder commander modern standard irgendwas ist kann ich nicht wenn es warnings drauf gäbe so hey modern horizons 3 ist übrigens nicht standard oder pioneer legal dann könnte ein spieler oder eine spielerin die nur standard oder pioneer spielt weil sie halt gerade vor drei wochen angefangen hat mit dem pioneer challenger decks die vermisse ich übrigens die könnte jetzt dann hingehen und das set ignorieren weil sie es weiß wenn die person es aber nicht weiß dann gibt sie sinnlos geld aus und ist dann frustriert und verlässt dann einfach das format oder das gesamte spiel und das wollen wir alle nicht wir wollen alle eine große glückliche familie werden mit magic the gathering und magic wächst nicht weil wir geile karten haben weil wir hat zu einem mikro bewerben weil wir assassin's creed haben her der ringe irgendwas irgendwelche influencer irgendwas darum wachsen wir nicht magic the gathering wächst davon dass irgendjemand zu dir ankommen sagt ich habe hier ein cooles spiel wollen wir das zusammen mal spielen hier hast du ein paar karten die community und das gathering es wächst nicht weil wir geile regeln haben weil wir judges haben die sagen die regel das und das es wächst davon dass du aufgenommen wirst dass du einen eintrittspunkt hast irgendwo mit leuten zu reden sei es ein store besitzer sei es ein judge sei es ein community leader der irgendwie in der community ganz viel macht wie bei uns zum beispiel mache ich ganz viel für legacy wir haben aber auch zum beispiel in manu ich droppte jetzt mal namen der bei uns ganz viel bei modern jetzt aktuell macht und wirklich dahinter her ist und einfach für die community da ist und das bringt spielerschen spielerschen das bringt spielerin das hat nichts mit werbung irgendwelchen komischen menschen zu tun oder secret layer korps oder sonst was das sind diese ganzen zahlen das ist der business style das ist alles es hat alles mit verkaufszahlen und so weiter das ist das ist dem ihr problem für euch als anfänger die magic the gathering anfangen wollen ist das nicht euer problem aber ihr werdet damit konfrontiert und ihr werdet davon überrannt und ihr werdet deshalb zum großen teil scheitern und aufgeben leider aber das ist der punkt an dem wir in 2024 leider immer noch sind mein video ist zweieinhalb jahre alt in diesen zweieinhalb jahren hat sich nichts gebessert an starter produkten es ist nur noch schlimmer geworden die produkte sind teurer geworden die werbekampagnen von wizard of the coast nur noch marketing und influencer lastiger mit irgendwelchen versprechungen die sie nicht halten und der konsens den ich damals schon gesagt habe community local game stores local judges local community leaders das ist in 2024 genauso war wie es in 2021 war es hat sich nichts verändert und leider auch nicht verbessert und es wird von wizard of the coast leider immer noch nicht wahrgenommen und das ist der grund warum ganz ganz viele leute magic the gathering anfangen ohne bedenken ohne alles aktuell könnt ihr mit gathering anfangen mit der community das was wizard of the coast seit 30 jahren am leben erhält und das sind nicht komische zahlen verkaufszahlen komische produkte oder ähnliches das ist die community und ich werde gerade ich werde sehr wehmütig weil mir das sehr leid tut und sehr weh tut weil ich liebe das spiel und ich habe da sehr viel erfahrung mit gemacht wenn ihr wollt kann ich mal so eine kleine blackie geschichtsstory erzählen wie ich zu magic gekommen bin was für erfahrungen ich in magic gemacht habe wie ich freunde kennengelernt habe was für freunde ich kennengelernt habe was für erfahrungen ich gemacht habe meine ersten turniere wenn ihr wollt kann ich mal so ein richtiger das wird dann eine sehr emotionale folge kann ich euch mal in so einer blackie erzählstunde wenn ihr wollt wirklich mal alles erzählen das könnt ihr mal in die kommentare schreiben wenn ihr tipps und tricks habt die jetzt mehr darüber hinaus gehen wie das was ich gesagt habe mit local game stores local judges local leader local communities sondern wirklich was mit produkten zu tun hat schreibt es mir in die kommentare für die leute und wenn ihr bis zum ende geschaut habt und immer noch überzeugt seid ihr wollt anfangen ihr wisst aber community ist nicht magic arena ist nicht schaut mal in die kommentare vielleicht kann meine community euch noch andere tipps geben das ist ja nur meine sicht der dinge ansonsten wäre ich sehr sehr froh wenn ihr das video daumen nach oben geben würdet wenn ihr meinen kanal abonnieren würdet wenn ihr mehr sehen wollt ich mache andere talks ich mache openings ich zeige euch mein lieblingsformat legacy sowohl die decks wie auch die gameplays ich rede hin und wieder mal hier rüber ich mache magic online content alles mögliche und wenn ihr mich darüber hinaus noch finanziell unterstützen wollt ich habe patron wie diese coolen leute die hier drin sind ich habe auch youtube membership ich habe jetzt zwei youtube member auch wenn hier jetzt gerade nur einer steht ich habe zwei ich habe die grafik noch nicht geupdatet weil ich das normalerweise immer zur mitte des monats mache wir haben das anfang des monats tut mir leid dafür es wird geupdatet und alle anderen leute die jetzt hier noch nicht draufstehen die mich bei patron jetzt unterstützen auch bei euch wird geupdatet vielen dank an alle meine patron unterstütze alle nicht nur die die hier stehen das sind die die halt mindestens supporter level haben aber es gibt auch fan tier level ab drei euro könnt ihr mich unterstützen wenn ihr das könnt wenn ihr das wollt schaut mal auf patron vorbei bei manchen sachen kriegt ihr auch eine kleine belohnung bei anderen ist es nur die unterstützung ähm und so weiter das hilft mir immens und wenn ihr das wirklich irgendwie supporten wollt unterstützen wollt dann vielen dank darüber oder wie gesagt youtube membership super thanks irgendwas es gibt tausend wege wenn ihr keinen wisst schreibt mich an und wenn ihr das aber nicht könnt dann seid nicht irgendwie traurig böse oder sonst was sondern gebt dem ganzen daumen nach oben teilt es vielleicht in eurer community auch in eurer community gibt es vielleicht leute die das noch nicht wissen oder neu anfangen oder ähnliches wenn ihr einen Neuling habt schickt ihm das Video oder ihr und ich hoffe ihr bleibt bei magic dabei wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin euer Blackzade ciao ciao ciao